Es ist Feiertag in Deutschland und Österreich und normalerweise würde es heute kein Video geben, warum es doch ein Bier gibt und welches das ist und warum es jetzt heute auf den Kanal kommt. Darüber reden wir in sechs Sekunden. Hey, schon ist es dran geblieben, seid ihr damit herzlich willkommen am frohen Leichnam. Eigentlich am Feiertag und damit eigentlich Pause hier auf dem Kanal. Es sollte ja sonntags und an Feiertagen keine Videos mehr hier geben. Die Zeit, die widme ich dann anderen Dingen, wie zum Beispiel der Familie oder der Vorbereitung von anderen Videos. Aber heute ist eine Ausnahme und ich erkläre euch auch schnell, warum. Es gibt, und das freut mich natürlich ganz besonders, immer wieder neue Gäste hier auf dem Kanal und hoffentlich auch zukünftige Abonnenten, die mir dann auch ihre Biertipps geben. Und da ist ein Bier lustigerweise ganz vorne mit dabei, das eigentlich streng genommen kein Bier ist. Aber offensichtlich gibt es ganz viele von euch, die dieses Getränk gerne trinken. Es geht um das Desperados und ich glaube, dieses Bier würde am Samstag viel besser passen. Supermarkt Samstag, ein Bier, das auch ich aus einem Supermarkt geholt habe, in dem Fall sogar aus einem Discounter. Und ja, kein richtiges Bier, weil es ja eigentlich auch wieder Bier-Mischgetränk ist, weil dieses Bier mit Tequila-Aromen versetzt ist. Und na, böse, böse, das gehört sich natürlich überhaupt nicht. Aber trotz alledem scheint es, wie gesagt, sehr beliebt bei euch zu sein. Es ist gemacht mit Gerstenmalz, Mais, Zucker, Hopfenextrakt, Säurungsmittel, Zitronensäure, natürlichem Aroma, enthält Tequila. Und ja, das war es dann hier auch, gebraut von der Brau-Union aus Linz. Und in dem Fall kann ich euch sagen, es kommt aus Wieselburg ursprünglich, und das fand ich sehr spannend zu erfahren, dieses Bier, von Heineken zuerst mal in Frankreich gebraut, bei der Brasserie Fischer. Bis 2009 hatten wir das gemacht und seit 2010 wird es dann von Heineken in Sertogenbosch und in Schiltigheim gebraut und wie gesagt in Österreich bei der Brauerei Wieselburg. Auch ein Bier, das ja so ein bisschen versucht, den mexikanischen Touch reinzubringen. Und man soll es gar nicht glauben, Corona hat Heineken damals mal verklagt, hat gesagt, Entschuldigung, ihr tut so, als wäre das mexikanisches Bier und das macht ihr dann allerdings in Europa, darf ja gar nicht sein. Das war 2004 und lustigerweise hat Heineken da recht bekommen. Das Einzige, was sie ändern mussten, war hinten die Aufschrift, die damals noch rein in französischer Sprache war, musste dann mehrsprachig sein beziehungsweise dem Land angepasst, in dem es verkauft wird. Tequila, wie gesagt, ist auch nur Aroma drin, also kein echter Tequila, sonst dürfte es nämlich nicht an Minderjährige verkauft werden. Und ja, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Hier noch eine kleine Anspielung auf die möglicherweise mexikanische Herkunft, die damals Corona nicht so lustig gefunden hat. Machen wir es mal auf, Klarglasflasche, auch das vielleicht eher für diejenigen, die auf Lichtgeschmack stehen, aber es soll dann mal so sein. Jeder muss ja wissen, was er tut. Und ich rieche schon zwei Dinge. Das eine ist, ich fange jetzt mal mit dem Geruch an. Das roch so fett nach Tequila. Süße, Limette, Zitrusfrucht. In nämlich einer eigentlich sehr schönen, kräftigen, goldenen Farbe, klar weißer Schaum oben auf. Also jetzt von Corona hat das jetzt gar nichts. Corona ist ja so ein hellblasses Ding. Das schaut schon sehr ordentlich aus von der biertechnischen Seite her. Viel Kohlensäure auch in die aufsteigt. Also wird jetzt dieser Tequila-Geschmuck, mag nicht werden. Es kommt auch ein bisschen helles Malz noch in die Nase. Aber, ja wie gesagt, durch dieses Tequila-Limettige hat es für mich was sehr Unnatürliches. Zumindest wenn ich jetzt an Bier denke. Und das ist möglicherweise das, was mich immer abgehalten hat, dieses Bier zu trinken. Oder dieses Bier-Mischgetränk. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Ich glaube, es steht voll Bier drauf. Also gar kein mit Tequila-Aroma 0,1%. Dann geht es wahrscheinlich sogar durch. So, sehr zum Wohl. Cheers. Fett nach Limette. Und ich habe auch meine Tequila-Zeit hinter mir. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich mag das einfach nicht. Also dieses Vordergründige und leider auch ein bisschen Künstliche. Und lustigerweise auch die Süße wirkt relativ künstlich. Wie als wäre es mit Süßstoff gemacht. Helles Malz, sehr stark. Relativ wenig Hopfen, um nicht zu sagen, kein Hopfen. Vielleicht so etwas leicht Kräutriges. Aber auch da, möglicherweise ist es eher so aus der Tequila-Richtung kommt. Aus Agaben wird das, glaube ich, gemacht. So ein bisschen Bittere ist dann doch da. Würde man sagen, so um die 20 Bittereinheiten schmeckt es zumindest. Und was sich im Hintergrund echt verstärkt, das ist dieser leicht kräuterige Geschmackseindruck. Und den zusammen mit der Limette. Ich glaube, da muss man auch Fan so von Averna oder diesen Kräuterlikören sein. Dann findet man sowas möglicherweise auch gut. Ich bin es weder noch. Insofern ist das hier echt gar nicht meine Baustelle. Und es ist einfach viel, 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 viel zu süß. Hat 5,9 Volumenprozent Alkohol. Muss man vielleicht auch noch erwähnen. Es ist extrem schlank. Spritzige Kohlensäure. Erfrischung. Wenn man eben auf diesem Geschmacksmuster steht, dann kann man das dem Bier wahrscheinlich gar nicht absprechen. Aber es ist einfach viel zu süß, um erfrischend zu sein. Also da haut sich dann quasi hinten mit dem Hintern das wieder ein, was es vorne aufgebaut hat. Und wenn ich einfach nur den Nachdruck, es ist süß, es ist süß und es ist süß. Es kommt diese Zitrus-Limetten-Note rein. Und es ist ein bisschen kräuteriger. Und es ist echt überhaupt nicht mein Fall. Und da es ja hier nicht um, ich sag mal, neutrale Wertungen geht, sondern um meinen persönlichen Geschmack, gibt es für das Desperados aus dem Hause Heineken von ProbierTV gibt es dafür einen von 5 möglichen Punkten für das Desperados. Das Bier mit Tequila-Aroma. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der vielleicht am frohen Leichen am Lust hat und mir seine Meinung schreibt. Dann tut das hier unter dem Video und da könnt ihr dann auch ein Abo lösen, wenn ihr noch keins habt. Und dann gibt es morgen wieder auf jeden Fall ein richtiges Bier aus Polen. Ich freue mich drauf. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Tschüss.